Zu Wochenbeginn gibt es einen ziemlich großen Spagat zwischen Nordost und Südwest. Und diese Wettersituation wird uns auch noch längere Zeit erhalten bleiben in der neuen Woche. Und das liegt daran, dass momentan sich zwei Luftmassenarten zanken. Die trockenere Luft möchte in Richtung Südwesten vorankommen, die feuchtere Luft aus dem Südwesten in Richtung Nordosten. Und da gibt es eine ziemlich scharfe Grenze über der südwestlichen Landesmitte. Und das Hochdruckgebiet hier über Nordosteuropa, das hält erst einmal so die Stellung. Die Tiefdruckgebiete kommen zwar immer näher, werden aber noch größtenteils von diesem Hochdruckgebiet abgehalten. Und hier sehen wir, was ich gerade meinte. Es gibt so einen Cut, der folgt dann von Köln über Frankfurt bis in einen Bogen München-Passau rüber. Nordöstlich davon bleibt es definitiv trocken am Montag. Und die Sonne scheint auch hier mehr oder weniger von früh bis spät. Aber gerade im äußersten Südwesten, allen voran über den südwestlichen Mittelgebirgen, wird es dann durchaus auch mal einzelne Schau und Gewitter geben. Die können auch mal kräftiger ausfallen. Starkregen oder kleiner Hagel, das ist durchaus ein Thema. Wir sehen aber auch, dass es so gepunktet ist. Das heißt, das sind nur ganz lokale Gewitter, die uns da bevorstehen. Der Montagvormittag beginnt am Bodensee und generell am Alpenrand ziemlich trüb und auch ein bisschen nass. Sonst scheint abseits der letzten Schauer und kurzen Gewittern aus der Nacht noch ein bisschen die Sonne im Südwesten. Im Nordosten, da bekommen wir davon überhaupt nichts mit. Hier bleibt es einfach nur sehr sonnig. So bleibt es dann dort auch am Nachmittag. Ansonsten bilden sich die lokalen Schauer und Gewitter mit Platzregen, Starkregen oder auch Hagel. Hier werden es dann eher nur so drei bis sieben Sonnenstunden sein. Ansonsten schaffen wir bis zu 16 Sonnenstunden das Ganze. Bei doch insgesamt frühsommerlichen Temperaturen mit rund 20 bis maximal 27 Grad. Nachmittag wird es dann auch noch ein paar Jahre lang.